Hallöchen, ja, wir sind, what the heck, ähm, ja, wir sind gerade nach am Pick, weil, vielleicht, oh, gut, es hat nicht ganz gepasst gehabt, ähm, was hier abgelaufen ist, deswegen musste ich meinen PC neu starten, ganz bescheuert. Auf jeden Fall wollte ich Luan Druid spielen, hat aber irgendwie, mich wirklich, was gerissen, achso, okay, gehe ich auf die, Hm. 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 Was? Woid und Tide. Oh. Oh. With Vim and Venom. Yes. We embark for battle. To the fight. Was sollst du das denn, hm? Das ist doch nicht meine Schuld, dass du es versaut hast, die Rune zu nehmen. Will doch bloß gucken, ob er da ist. Was soll man es? Hm. Agitation. Hm. Uh. Hm. 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 Quick as Venom! Da ist ein Haus. Immer wieder sichtbar. My Venom flows. Soll ich denn hier nie was machen, wenn der... Der hat schön gelitten. Ja, ist gut. Ich sollte nur aufpassen, dass ich nicht gleich hier im Ziel von einem... Angriff gehört. Ja. Wow! Dang it! Dang it! Dang it! A touch of Venom. Taste my Venom. Going. Violet Vance. Wie du sagst. Mit Venom und Venom. My Venom glides in Gorge. No no no. Weiss. No no no. No no. Das ist sicher eine weg. Okay. Agitation. With vim and venom. Less. Okay. Going. So much dance. Quick as venom. Yes. My loyal ward. Ach so. So. Yes. Warum war ich das denn? Na ja, ich hab den ward gleichzeitig gesetzt mit meinem Handriff. Das war ein bisschen. Der bekommt einfach gar nichts. Nichts. Agitation. Hm. Das reicht jedes Mal um ihn zu vertreiben. Das ist der Hammer. Warum auch immer. Das ist mein Gift so gut gegen Raid King. As you say. Hehehehe. Hehehe. 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 the killer spring. Thank god. How about Julia? Hehehehe. um king's cream. heeeeth. Heehee. Yeah. Oh, wo hat der denn die Heilung her? 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 Bein die Körpersen! Wie man sagt... ... wie du... ...hah... 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 ...hah.. ...haha... ...hah... ...h�raujj Die Strukturen sind gefeiert. Ihr Top Tower! Use deine Worte! Mit wills und Venom. Ich will nur nicht, dass das Problem ist. Hmmmm... 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 Schau, das ist Volt. Ach, Volt ist auf top unsichtbar. Okay. Was soll ich denn sonst machen? Schau, was soll ich denn sonst machen? Ich hab meine Ulti noch nicht. Oh, ich hätte meine Ulti haben können, verdammt. Hmmmm... Also dem warst du ne halbe Stunde nicht da. Dann kann ich ja mal ruhig ein bisschen Farm aus der Mitte mitnehmen. Was ist der denn auf Level 8? Verdammt! Hmmmm... Oh, Scheiße. Was soll ich denn da was machen? Ich kann nur hoffen, dass ich da rauskomme. Was soll ich denn da was machen? Ach, wirklich. Okay, es kommt... Ach... Hahaha... Violet Vance! Invenum! Hmm... Was ist das? Dyer fortified their structures? Ist Venom! Und? Ich vers. Okay, ich vers. Ich vers. Ich vers. Fah! Das ist ein Witzel. Okay... Ich vers. Uh, würel. Und das ist. Oh, okay... Ja, ich kann nichts anderes machen, als sie damit aufhalten. Das ist zwar ein bisschen ärgerlich, dass ich die damit ein bisschen viele, aber... Was soll man machen? Oh, Schinker! Oh, ist das eine Fünf? Ich muss gerade nochmal nachzählen, aber es sind tatsächlich alle Fünf gewesen. Ja, ich muss gerade mal nachzählen, aber es ist eine Toxik-Combination. mit Vim und Venom ja Ich hab den doch als Warps dahingestellt. Da muss ich weggehen. Das schafft er nicht. Mit ein bisschen Glück kriege ich... Nee. Leider kriege ich ihn nicht. Oh, okay. Das ist Spectre. Woher hab ich bitte eine 16 Regen? Ist das ein Fehler? Ach nee, die Schuhe. Ich hab das vergessen, die Schuhe. Ja. Ja. Ja, das ist. Ich hab das card. Oh, what up there. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Unglaublich. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Dankeschön. Magnus hatte noch mein Gift drauf. Leider hat er es eben nicht dahin gerafft. Unser Genius von einem Tidehunter ist natürlich fast genauso oft gestorben wie ich als Support. Das ist natürlich super genial. Ich bin raus. Mach einen kleinen Umweg über die Rune und geh dann auf Top. Komm schon. Ein Team, ey. Mein spezieller Freund, der mich so gut unter Kontrolle hatte das letzte Mal. Da, ein Nigger! Oh, ich hab ihn denied bekommen. Ich dachte schon, ich hätte ihn nicht hinbekommen. Ah, das war schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den den Einten bin. Ich muss das alles erreichen. Oh, die Erfahrung könnte ich auch gebrauchen. Mist, eigentlich müsste ich mal das Klo... 4000 Net Worth. Ich bin überrascht, dass ich überhaupt soweit gekommen bin. Ich hätte jetzt schon viel weiter sein können. Aber gut. A touch of Venom. Warn them off. Quick as Venom. Achso. Nicht mein Schuld. Oh. Ich habe natürlich nichts um... Krono. Ah, ich komme zu spät. Oh nein, ich komme zu spät. Ich muss das ja mal machen. Ich meine, mir geht es zwar recht gut, was das Level angeht, aber... Okay. Albert Sedara ganz gut betrifft. Ich habe das Geld ausgedragen, aber es muss ich aufz學classern. Wir gehen am Ah, shit. Fast. Dang it. Ja, 3 x 3. Schau mal diesen Ort. Violin-Lance. Achtung. Ist er geblinkt? Oh, jetzt können wir ihn schneller bewegen. Das ist schön. Das ist sehr schön. So wenig Manna. So wenig Manna. So wenig Manna. Kann man doch mehr das in der Reihe? Oh. Das ist eine Erfahrung, die ich vielleicht vorher machen soll. Ah ja. Ups. Ja, scheiße. Nein, 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 nein. Beweg dich. Nein. Ach. Dang it. Keine Möglichkeit. Keine Möglichkeit gehabt zu entkommen. Ja doch, ein Forstuff. Der wäre ja noch... Da wäre ich zumindest weggekommen, aber... Tinker mit Blink auf der Jagd. Hm. Tinker mit Blink auf der Jagd. Hm. My enemies account. Hm. Okay. Agitation. 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 Uh. Ist klar. So, bin ich jetzt mal auf einer Ward-Mission? Oh. Hm, ich glaub, ich hab ihn nicht erreicht. Okay. Okay. Gut, Ulti-Verblasen für nüch und wieder nüch, weil die nicht groß genug war. Hoch genug. Schade. Aber gut. So, und da willst du nur Warden gehen. Ah. Boah. Du willst nur mal kurz Warden gehen. Oh, nee, ne? Aber gut. Oh, ich hab die tatsächlich noch 5000 geschafft an Network in 25 Minuten. Das ist doch schon mal nicht das Schlimmste. So, aber Reichweite auf jeden Fall. Okay, da war Tinker. Huh? Reichweite hat Radiance. Watch this spot. Going. Was zum, beschwert sich denn jetzt schon wieder, irgendwer hat wieder Durchgeholt, den er nicht wieder haben soll, oder was? Ganz schön Oh ja Ganz vergessen habe ich da auch noch die Plague-Ward-Steps gemacht Das ist ein Zauberpil für mich Das ist ein Zauberpil für mich Er ist ein Zauberpil für mich Und das ist ein Zauberpil für mich Einmal an für liebe Oh shit Ah, Kanschan Nice Okay. 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 Was ist Nova? Moment. Ach, wo ist er denn? So. Hä? Komisch. Das war strange. Top top. Na, war das der top top? Das war keiner von uns. Fisch doch mal von aus. Oh, der Red King. Okay. Hm. Hm. Weiß nicht. Ich kann ihn sehen. Agitation. Der 1 und 2 rennt vor mir. Hm. Schade. Was? Wie ist der denn noch gestorben? Nein, sag nicht, dass Bounty hier ist. Shit. Shit, 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 shit. Bounty Hand muss da sein. Oh Gott. Oh shit, Bounty Hunter, ich hab nicht gedacht, dass... Aber die Rune ist ja direkt vor mir verschwunden. Das kann ja nicht an meinem Blumen liegen, dass da irgendwie verspätet... Ich hab ja Pick-Up angezeigt gefunden. Sag mal, was war das denn? Wo ist der denn zurückgeschickt worden? Ja, der... Ja, der Wald ist jetzt relativ... Wo war denn... Ah, da ist Tinker, okay. Hm, ja. Okay, ich vergesse es. Das können wir schön vergessen. Okay, ich vergesse es. Okay, Tinker war da. Okay. Ich bin in Venom-D. Begült euch an diesen Ort. Impaired. Okay. Taste my Venom. Another kill comes in Anti-Venom. Woah. Seit wann hat der denn ne Radiance verdammt? Aber ich hab ein Double kill hingekriegt. Und ich hab... Ich hab Giant Hunter mit dem Plague Ward die Dinger weggelastet. Ah Gott, ne. Manchmal muss man auch Spaß haben. Ähm. Auch Rüstung wär ganz nett. Die könnte aber auch noch mal. So. Ah. Raid King. 1300. Ja, 100. Ich hab nur 1500 Leben. Ehh. Hintet so. Ach. Ich muss schon sagen, ob ich den jetzt noch einen umgebracht hab. Gift müsste komplett... ...verflogen sein mittlerweile. Dang. Naja. Isuck. Irgendwie könnte er noch bisschen Schaden vertragen... Okay, der ist munter am Fram. Oh, ja, Moment. Ich glaube, die Überraschung hat ihm nicht gefallen. Na, komm. Na gut, jetzt haben wir hier gewordet. Da kommen keine Überraschungen von der Seite. Ah, Top Tower verteidigen, okay. Ja, ist gut. Tinker. Ah, so lange. Lockt sie weg, aber das reicht noch nicht. Okay. Abflug. Da ist Bounty. Da ist Bounty. Scheiße. Scheiße. Oh, wo kam der her? Oh. Da hat er noch Glück gehabt. Sun. Äh, jetzt habe ich keine Kühe gemacht, aber ich habe, es ist draus gehofft. Obwohl. Was? Wie habe ich denn? Wie habe ich denn bitte? Den greiflich? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Bestimmt nur Blackboard Last Hit oder Blackboard Gift. Ja, hier ist der Poison Sting. Das wäre der Brüller. Der Brüller schlicht hin. So, hier ist ja jetzt so weit geworden, auch wenn die schon halb runter sind. Okay. Ja. Gut. Dann kann ich den auch noch verkaufen. Bringt mir nicht so viel tatsächlich. Okay. Bisschen doof. Aber ich vermute mal, dass er abgehauen ist. Bounty ist braun. Doch. Ah, da war Bounty. Nie im Leben überlebst du das. Hm. Oh, geht's auf. Hm. Man darf halt nicht vergessen, da ist ein Support normalerweise. Sentries dabei hat und die auch... Oder ob Server und die dann aufsteht. Komisch, dass er mich dann auch gesehen hat. Aber gut, er wird wohl eine größere Vision haben. Hm. Das wird mir jetzt schon nicht so herfreut. Schauen wir uns doch mal an. Uh. Okay, das hat ihn echt nicht gefahren. Okay, der glaubt echt, dass ich da noch rumhänge. Oh, so ein Blödsinn, dass ich da noch rumhänge, dass man da die Dings reinjagt. Oh. 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 Wenn sich da einer was gekauft hat, dann hat sich da einer was gekauft, dann hat er es verpasst. So einfach ist das. Agitation. Wow. Komm schon. Okay, das ist's gonna fix. What the heeeck? Komm, komm, komm. What the heeeck? Okay, sie sind mit den Trallläufen wieder da. Okay, keine Chance. Das ist ja gut, dass ich den Vorher schon sehr viel will. Warum? Reingehauen hab. Nein. Ach so. Oh, jetzt könnte ich ja mal... Damit ich dann... Ach komm schon. Wirklich jetzt... Refresh hat er bereit. Okay. Gut, dann hab ich jetzt Shiva's Guard. Wir haben nichts draus gemacht. Ach, scheiße. Mit Vim und Venom. Mit Vim und Venom. Mit Vim und Venom. Mit Vim und Venom. Hm hm. Ich glaube in 25. Ich hab grad mal 600 wieder auf die Uhr. Ich glaube in 25. Okay. Nein. Was haben wir denn dann? Fünf Stück. Oh, shit. Yes. Was, der? Ja. A touch of Venom. As you see. Ich bin betroffen von Shrek. Ich bin betroffen von Shrek. Ich kann... Oh, Gott. Umdrehen. Weg. Hehehe. Agitation. Ruination. Ich bin unter attack. Nein. Nein. Oh, shit. Oh, Spector. Oh, der hat... Zu spät. Zu spät. Zu spät. Tatsächlich echt ein bisschen spät. Ja. Aber ich konnte nichts los, wenn das Problem war. Aber die waren da halt einfach allesamt. Was ist denn noch vor? Man kelle Kino war die Dunkel from. Ihr Middel Tower ist unter attack. Ich bin unter attack. Ich bin unter attack. Ich bin unter, wenn ich keine unge signalen war. Ich bin in Blöchstens dang. Ich bin auch schon dabei. Hmmmm... Go for me, Hichan. Impear. Invenom. With Vim and Venom, watch this spot. Go in. Oh shit. Shiva's Guard. I could fight this. The enemy's bottom tower just keeled over. The enemy's bottom barrens have fallen. Yes. Oh shit. Go, go, go! God, what do I have to do? Go, go, go! Motherfucker. Go, go, go! Ah, 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 ah. More, more death. True down. Do not break. We are dead! Come into me, ulti. Come into me, ulti. I am blessed, honey. Oh, that was awful. That was awful. Come into me, ulti. Come into me, ulti. I go, I go, I go, I go. Seeing a shanty for the enemy's top tower. Oh, I can't turn right here. Rampage. 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 The enemy's top barracks got caught in the brush. The enemy's top barracks have fallen. Hmm. Oh, you just smashed the enemy's middle tower. Damn. The enemy's middle tower has fallen. The enemy's middle tower has fallen. Rampage. 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 MAKE THE GOD RIVER. Rampage. 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 Rampage brin. Rampage. 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 war okay sieben kürzen habe ich meinen durchschnitt gehabt zwei mehr tode und dafür zwei mehr ist es nicht ganz so optimal aber so grundsätzlich haben wir es doch schön und ich hatte mehr als tight hunter ich hatte sowieso mehr kills als tight hunter genauso viel ist es gut zwei mehr tode aber dann auf in die nächste runde